Hallo Leute und herzlich willkommen zur weiteren Folge Minecraft Kaka, zur dritten Folge. Ich habe eben ein bisschen offline gespielt und ja, ich habe ja auch ein bisschen Eisen gefarmt sehen. Und ich will gerade hier auf Amt verhungern, deswegen hole ich mir noch gerade ein bisschen Fleisch. Ich wollte es auch eben schon aufnehmen, das hat es aber nicht geklappt. Und da ist noch ein Schaf, brauche ich mir noch, oh, hier ist ein Chicken. Da hinten ist noch eine Workback, ich habe eben ein Holz noch ein bisschen gefarmt. Aber das habe ich wieder alles ausgegeben. So, ich habe jetzt wieder genug Essen, glaube ich. Deswegen gehe ich nicht, oh, das, nice, was ist, was, nein, ich verhunger, ich verhunger, Leute. Nein, wir werden es noch schaffen, nicht zu verhungern. Oh, ich gehe jetzt mal auf das Schafzütteln vom Bett, mit dem ich die Nacht überlebe. Was weiß ich? Ja. Chicken, chicken. Und ich hole noch etwas rein und hole mir noch ein bisschen Fleisch. Ich kann immer noch nicht sprinten. Oh, ich hasse die PvP hier. Das ist richtig schass. Wir gehen jetzt mal ein bisschen Essen fahren. Ähm, weil Essen brauchen wir unbedingt. So, ich mache mir ein Schwert, Spitzhäcke, Axt, Schaufel. Und dann haben wir alle tot, ich mache es, was wir nicht brauchen, um den Weg. Steinschwer, Steinschwerzecker, Steinschaufel, irgendeine Steinaxt. Brauchen wir alles nicht mehr. Also, das hat schon eine Kraft. Hier, boom, 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 boom. Oh, das fällst du nämlich auch mal. Und jetzt habe ich wieder volle Hunger. Balken, glaube ich. Sieht man nicht oben, so gut bin ich nicht. Das ist ein Enderman. Soll ich es machen, Leute? Komm, ich tue es. Hoffentlich Enderperle. Ich habe auch eh mal gesehen, bevor ich Offline gespielt habe. Den habe ich aber nicht getraut. Und der hat nichts gedroppt, als auch. Und ich bin so gefreut gerade von der Enderperle. Weil die sind wichtig. Und habt ihr einfach nicht bekommen. Schade. Und jetzt ist eine Kuh, die werde ich erstmal lecken. Wir haben schon drei Minuten aufgenommen. Seht ihr da hinten? Diesen Dings. Das Zeichen kann ich auch nicht wegmachen. Es tut mir leid, wenn es euch stört. Und ich habe die Kuh, die Städte ist eine Spinne. Brauchen wir auch. Boom. Oh, nee, das ist ein Skelett. Das sind hier so OP, das sage ich euch. Wenn ich jetzt an dem sterbe, weil, keine Ahnung, die sind irgendwie so overpowered. Hier, nein. Ich habe eben Two Hits mit Stein Shirt gemacht. Jetzt muss ich drei Hits mit dem... Oh, mein Gott. Ich will da nicht hin. Aber ich muss da hin. Ich muss mein Bedcraften. Ich muss mich anschleichen. Komm ich dran? Komm ich jetzt an? Komm ich jetzt an? Ich habe mich noch nicht gesehen. Nein, ich habe da Holz hingebaut. Bin ich dumm? schlafen 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 die brennen auch. ich hol mal was ich sterbe jetzt ab. nein der ist schlau, der typ, nein wenn er brennt dann schießt er feuerpfeile. oh nein die op das erfüllt. oh der bricht kurz gebrannt. so ist der typ junger gestorben. äh sieht nicht so aus. ich weiß nicht woher ist. ach so, ich hab sogar was her, warum ist das ein roter block? aber es ist einfach ein ähm Bett. so wir gehen jetzt auf 5 minuten farmen und dann bauen wir das ganze holz hin, was ich jetzt farme und dann ist auch schon wieder die folge vorbei. dann liegt noch rotten flash. das könnte ich im notfall essen und da ist noch ein enderman. den muss ich mir holen. die kuh hol ich gleich. aber die zweikühe hol ich gleich. oh da ist wieder so ein gott gekommen. leute ich kann jetzt noch den enderman töten. ich hab kein akku mehr geguckt. wie ihr sieht. nur 5 prozent kommen. äh leute bitte. bitte nicht mit den töten. sorry leute dass mein akku schon wieder leer ist. ich hör mich leider davon nie auf. und er ist verschwunden. leute das war's mit dem video. wenn euch das video gefallen hat, könnt ihr ein like oder ein abo da lassen. ähm und jetzt muss ich noch hier die kute und noch eine. uuund. und mache konkret. bah. wenn euch das video gefallen hat. okay hab ich eben schon gerade gesagt. ja tschüss. das war's mit dem video.